Wo geht es denn jetzt lang? Zagre, ok. Ok, da geht es nicht weiter. Ach, jetzt kommen die wieder, natürlich. Du, 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 du. Ah ja, ja, Fußballspieler. Überrennen mich. Aua, das war nicht nett. Jetzt legen wir das ganze Gebiet auseinander. Aua, Mann. Steht fest, Hilfe. Was war das denn jetzt? Okay, jetzt kommen die. Was? Du, 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 du. Ach, du, 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 du. Ach, da steck hier dauernd fest, Mann. Ah, wie viele Kolben kommen da noch, ne? Ach, die wollen mich wieder entkreissen hier. Jetzt reicht es mir aber. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Okay. Puh. Ach, ich höre noch einen. Zwei sind da. Drei. Na, komm her. So. So. Was ist das jetzt? Ach, das ist die Mühle. Okay. Hat sich so angehört, als würde sich ein Tor öffnen oder sowas. Ah, wo sind die? Ja, da. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du So, wieder ein bisschen mehr, Muni. Schön. Ach, die wieder. Ja, die waren schon lange nicht mehr hier. Wahrscheinlich mussten sie die erstmal wiederbeleben, damit sie sie wieder einsetzen können. Und das hat dann gedauert. Hm. Ach da. Yippie. Yippie. Oh, 69. Oh. Ah ja. Nicht wirklich schön, der Brunnen, aber wer es mag. Okay, da ist nichts mehr. Hallo. Gartenzwerg. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Was kommt denn jetzt? Äh, was? 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 ne he 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 ne he he Was ist hinter mir? Waffenwechsel Geh aus dem Weg Geh aus dem Weg Du 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 duu Wo ist denn dieser Typ? Nicht du Ach da oben ist der Da ist er gut Komm Hier ich habe auch eine Minigahn Ich bin besser als du Da ist noch Munition Das kann ich Rucke brauchen Hippie Ok ich nehme mal an da muss ich ran Da ran Gleich So Wow was für ein Abstieg Wow was für ein Abstieg Ok ich glaube ein zweiter Sam muss her Ach das ist ein Ei der Sam Ok Sieht aber völlig anders da aus Wieso eher wie so ein Kloakenvieh Was jetzt hier ganz gut passt Ich wusste dass wir früh oder spät in der Kanalisation landen würden Das ist immer ein schwieriges Wort Ohne macht ein Spiel doch kein Spaß Ja Aber nachdem wir in diesen Hinterlassenschaften gelandet sind Sollten wir umso schneller einen Ausgang finden Sollten wir umso schneller einen Ausgang finden Falls es dich beruhigt Werde ich dir sagen dass das keine gewöhnlichen Fäkalien sind Nein nein es ist Es ist königliche Kacke Ach da fühlen wir sich doch gleich viel besser Und ich frage mich was Mentals Truppen hier machen Ein Hauptquartier einrichten Bei Cleos will ich das verstehen Die haben keine Nasen Aber was ist mit den anderen? Tja Vielleicht machen sie genau deswegen Hier unten in einem Hauptquartier Naja Ich glaube genau deswegen machen sie hier ein Hauptquartier Weil es keiner vermutet Naja Es habt ihr mal so gedacht Hä Es ist zwar unnachtsam von mir aber Egal Hallo Cleos Was ist das? Sprengstoff muss ich hier haben bringen? Ok Hm T youngestere Musik Ho 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 Düstere Musik Ho 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 H Hm Nette Musik Hm Springstall Warum ist mir eigentlich hier Alarm? So, schnell zurück Ja Oh Das gefällt mir gar nicht hier Könnte fast ein Horrorspiel sein Genau deswegen noch mehr Ich glaube hier werden gleich sehr viele Zombies auftauchen Wenn wieder Zombies oder Cleos Du 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 Ok hier ist nichts Ähm Wo Na Wir können mich nicht überraschen Wir müssen schon früh aufstehen Die Musik gefällt mir So raus mit dem Fernseher So So Oh Hm Na ich dachte ich hätte was gehört So So das war Ey Was soll das Muss das sein hier Das ist mein Platz Verschwindet Mist Mist Ach ja Diese Mistbücher So Mach jetzt die scheiße Tür auf Munition Schön Nein Was war das denn Da ist nichts. Kommt schon ihr Zombies. Kurz warten und jetzt stürmen. Boah. Ah ja, ist ja gut. Ich mach das lieber als sicherer Entfernung. So. 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 Boah. Ja ja, ich dachte schon, dass Talbert jetzt nichts kommen würde, weil vor mir nichts war. Oder den Abend, die mich wieder erwischt. Pass auf jetzt gleich auch wieder, hä? Jetzt. Komm. Oder auch nicht. Na schön. Ja. Ach. Warte mal, das kommt mir irgendwie so einfach vor. Wissen das hier. Schwierigkeit. Sollte ja nicht auf normal sein, oder? Ach du Scheiße. So. Mach wieder Minisale. Schön. Wuorn. Ich kenne sie mit Instagram und Danach.